Morgen Leute, hier ist wieder Thomas. Wir haben heute den 26. Februar, Mittwoch, also es ist jetzt eine Woche seit dem ersten Video vergangen und jetzt mache ich mal wieder einen Formcheck und möchte euch damit auf den Lauf dann halten. Also zieht euch das mal rein. So sieht es momentan aus. Hat sich einiges getan. Die Bauchmuskel kommen gut raus schon. Der Bauch ist auch um einiges flacher geworden. Die Arme sind schon etwas definierter. Also verändert sich einiges. Gut, bleibt dran Leute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.